Gesundheit Aber ich glaube ein Tor war abseits von mir Ich glaube schon Das Ding ist Du kannst es halt nicht nachvollziehen Weil während du drückst Und er noch nicht schießt Es zählt ab da wo du drückst Weißt du Ich habe schon vorher gedrückt Aber dann ist er noch ein Schritt gelaufen Da war meine aber schon ein Absatz Aber der hat erst dann geschossen Aber dafür waren alle anderen Tore korrekt Ich habe sogar bei einem Tor Deinen Spieler getummelt Und ich habe sogar diesen eleganten Pass Wie du den immer machst Habe ich gemacht Wir haben so diesen Schönen Pass halt immer Ja du machst doch immer diesen Rückpass so Er guckt nicht auf den Gegner oder so Bam Bam Okay And Okay Vielen Dank.